Es ist so schön, dass du wieder eingeschaltet hast, mein Lieber. Willkommen zum nächsten Video. Im vorherigen Video haben wir dir gezeigt, wie du mit Mockups Geld verdienen kannst. Wie du sie wo bei Placeit erstellst und wie du sie bei Fiverr, Ebay und Co. dann für Geld verkaufen kannst. Das Ganze ist natürlich in diesem Zweiklick-System, wie wir dir das gezeigt haben auf Placeit, sehr, sehr einfach, wenn man schon alle Vorlagen fertig hat. Dir fehlt natürlich jetzt noch die Vorlage, wie du das Ganze hier hochlädst, damit diese Dinge, die jetzt noch blau hinterlegt sind, nämlich im Format 1600 zu 2050 und die Rückwand im Format 640 zu 2050 Pixel, auch im absoluten genialen Design hinterlegt sind. Dass es auch ein fertiges Mockup wird. Ich zeige dir mal das Design, was ich hier gerade erstellt habe. So, das ist jetzt ein blaues Design und wir haben natürlich auch ein rotes Design. Ich zeige dir jetzt einmal beide. So sieht das Ganze dann aus. Richtig geiles Design. Software Box, Packaging Design, 3D-Design, 24 Stunden Auslieferung, Änderungsmöglichkeiten, Mockup-Designer, Blick-to-Start. Diese Vorlagen, die möchte ich dir jetzt zur Verfügung stellen, damit du sie benutzen kannst. Ich zeige dir jetzt nochmal unser rotes Design. Du siehst, wir haben auch noch ganz, ganz viele verspielte Designs. Das waren so die Anfänge, wo wir gesagt haben, wir spielen damit mal rum. Auch das rote Design sieht natürlich sehr, sehr nice aus. Also auch hier werden wir wieder immer weiter angleichen, verbessern, updaten. Und das Geile daran, du bekommst diese Sachen in deinem Premium-Partner-Bereich Infinity. Wenn du über unsere Anmeldung kommst, zur digitalen Marketing-Plattform, das Ding, wo du für einen Euro dich registrierst und alle Vorlagen bekommst, die Anmeldung für die Builderall-Software, die du dann 30 Tage kostenlos nutzen kannst. Links, alle Infos findest du immer in der Beschreibung. Aufmachen, anklicken, anmelden. Keine Bindung, keine Mindestvertragslaufzeit, keine Abo-Falle. Dafür stehe ich hier mit meinem Namen. Bekommst du jedes Mal, wenn du dich dort drüber anmeldest, bekommst du jedes Mal in deinem Premium-Partner-Bereich all unsere erstellten Mock-Up-Vorlagen bekommst du umsonst. Die schenken wir dir. Als Dankeschön, weil du unser Partner geworden bist. Denn wenn du damit was anfangen kannst, wenn du damit Geld verdienst, dann können auch wir damit was anfangen, denn dann verdienen wir auch Geld. Bist du glücklich, sind wir auch glücklich. Können wir dir helfen, dir weiterhelfen mit solchen Vorlagen, dein Business weiter auszubauen und dein Sortiment zu verbreitern, dass du einfach mehr Geld generierst, dann bist du glücklich und wir sind glücklich. Verstehst du diesen Zusammenhang? Das ist immer eine Win-Win-Situation. Aus diesem Grunde sorgen wir dafür, dass all unsere Partner, die sich über den Link in der Videobeschreibung anmelden, immer mit reichlich Vorlagen versorgt werden. Aber nicht nur die Vorlagen, nicht nur die Mustervorlagen, nicht nur die Funnel-Vorlagen, nicht nur die Webseiten-Vorlagen, sondern alles, auch die E-Learnings, das heißt die Videomodul-Schulung, die dir mit all der Software, mit der wir arbeiten, wenn du dich damit anmeldest, wenn du auch damit arbeitest, bekommst du die ganzen Modul-Schulungen. Der Vorteil dabei ist natürlich, wenn du dir diese Schulung anguckst, kannst du sie auch eins zu eins umsetzen. Denn wir haben diese Modul-Schulung in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung aufgebaut. Und der Vorteil ist halt, du arbeitest mit der Software und wir arbeiten mit der gleichen Software. Umgekehrt natürlich genauso. Und dementsprechend ist es einfacher, wenn man etwas erklärt, kann man es natürlich viel besser nachmachen, wenn man mit der gleichen Software arbeitet. So, und damit wir für das Thema Geld verdienen im Internet, unser Geheimtipp, das war ja das mit den Mock-Ups auf Fiverr und Ebay, damit du jetzt auch anfangen kannst und das Ganze erstellen kannst, für deine Kunden aufbauen kannst, haben wir dir schon ein paar Vorlagen in deinem Premium-Partner-Bereich hinterlegt. Die kannst du dir runterladen, kannst mit deiner Grafik-Software öffnen, kannst sie abändern und dann so hochladen, wie ich das hier jetzt gerade getan habe. Und dann siehst du das Ganze, wie man das erstellt, verändert, überarbeitet und für seine Kunden fertig macht. So, du siehst, wir haben hier das Ganze schon ein bisschen abgeändert. Ich werde noch mal ganz kurz kleine Veränderungen vornehmen. Ich glaube, Weiß war besser. Jo, das scheint mir besser zu sein. Und ich glaube, wenn die in Weiß sind, sieht das auch ein bisschen besser aus. Das machen wir auch einmal ganz kurz. Die sind angewählt. Machen wir einmal Weiß in der Mitte, Weiß hier und geben dem Ganzen wieder eine Umrandung, eine Kontur in Schwarz. So, jetzt gucken wir mal, dass wir nur eine Einerstärke nehmen. Ein bisschen schwach, eine Zweierstärke. Zweierstärke kommt schon viel, viel besser. So, jetzt wollen wir das Ganze noch mal hier ein bisschen zusammenschieben, weil dieses Format soll nicht ganz so groß sein. Und wir wollen das hier noch ein bisschen auf Höhe bringen. So, das speichern wir jetzt einmal ab. Und für den Web genauso. Ich speichere es nämlich immer zweimal ab. Hat folgenden Effekt. Ich speichere es einmal ab als Speichern unter. Dann ist es nämlich eine PSD-Datei oder eine PNG-Datei. Das heißt, sie ist immer wieder veränderbar. Das heißt, wenn ich mir die aufrufe, und so bekommst du sie auch in deinem Premium-Bereich, in deinem Premium-Partner-Bereich, meine Fresse, schwieriges Wort, als Vorlage. Das heißt, du lädst sie dir als PSD, PNG, lädst du sie dir rein und kannst sie dann jederzeit abändern. Du brauchst nur reinklicken und schreibst dann nicht mehr Software-Box hin, sondern Vorlagen-Box. Ist jetzt nur ein Beispiel, dass du es mal gesehen hast. Packaging-Design, bla bla bla. Kannst die Bilder abändern, kannst die Symbole hier abändern, die Logos, kannst die Schriften hier noch abändern, kannst dein Firmen-Logo unten abändern und speichere es es dann bei dir auch einmal ab. Und natürlich einmal für den Web-Bereich. Für den Web-Bereich nimmst du natürlich 100%ige Qualität, optimiert, meine Fresse, heute habe ich aber echt Sprachfehler, und speicherst das Ganze dann als JPG ab. Wenn das als JPG abgespeichert ist, kannst du das Ganze dann auch hier hochladen. Ich zeige dir das einmal. Das machen wir jetzt. So, wir haben das hier abgeändert. Einmal hochladen, so sieht das Ganze dann aus. Und einmal die Rückwand, die haben wir ja auch schon angepasst. Laden das Ganze dann hoch und so sieht das Ganze dann aus. Kannst du es dir dann downloaden und hast es dann für deinen Kunden fertig, so wie er das haben wollte. Oder hast es für dich als Vorlage fertig, für deine Verkaufsvorlagen. So funktioniert das. Melde dich jetzt in dem Link in der Videobeschreibung an. Dann bekommst du alle Vorlagen kostenlos dazu. Und wir haben noch viele, viele andere Geschenkpakete, Funnels, Webseiten und, 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 was wir dir mit oben drauf geben. Also, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, rein in die Videobeschreibung, den Link anklicken, eintragen und den Account registrieren. Und dann kannst du schon mit uns zusammen im Team loslegen und richtig dick Knete machen im Internet. Das war es dazu. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Däumchen da. Wenn du mehr sehen möchtest, abonniere den Kanal, aktiviere das Glöckchen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Rinaun und schön mit Ö.